Was hilft bei Arthrose und wie kann man präventiv vorgehen, um keine Arthrose zu bekommen? Ein Thema, das uns alle betrifft, da die Arthrose weltweit die häufigste Gelenkerkrankung darstellt. Allein in Deutschland leiden etwa 5 Millionen Menschen an einer Arthrose. Dies bedeutet für die betroffenen Schmerzen, Bewegungsanschränkungen und ein hoher Verlust an Lebensqualität. Die Arthrose ist jedoch, auch wenn jemand anderes behaupten sollte, schulmedizinisch noch längst nicht gänzlich verstanden. Die Arthrose bezeichnet im Wesentlichen eine degenerative Gelenkerkrankung, also eine Gelenkabnutzung und ist nach einer nichtamtlichen Definition in Deutschland ein Gelenkverschleiß, der das altersübliche Maß übersteigt. Ursächlich werden schulmedizinisch ein Übermaß an Belastung, etwa erhöhtes Körpergewicht, angeborene oder traumatisch bedingte Ursachen wie Fehlstellungen der Gelenke oder auch knöcherne Deformierungen durch Knochenerkrankungen wie Osteoporose gesehen. Die Arthrose kann ebenfalls als Folge einer anderen Erkrankung, beispielsweise einer Gelenkentzündung, also einer Arthritis, oder aufgrund von Verletzungen durch Unfälle entstehen und wird dann als sekundäre Arthrose bezeichnet. Grundsätzlich können alle Gelenke von arthrotischen Veränderungen betroffen sein. In Deutschland ist die Erkrankung am häufigsten im Kniegelenk lokalisiert. Die Arthrose ist einer der häufigsten Beratungsanlässe in einer allgemeinmedizinischen Praxis und stellt die häufigste Operationsindikation dar. Zusammengefasst kann man festhalten, dass die Arthrose sich meist auf den Knorpelverschleiß bezieht. Zwischen den Knochenpartnern eines Gelenkes befindet sich Gelenkknorpel. Wenn dieser ausdünnt oder substanziell abnimmt, spricht man von Arthrose. Der Gelenkknorpel selbst verursacht jedoch nicht die Schmerzen, auch nicht der darunterliegende Knochen, sondern nach den bisherigen Modellen die Entzündungsreaktionen der Gelenkschleimhaut bzw. auch der Erguss im Gelenk, der dadurch entsteht. Andere Modelle gehen davon aus, dass der Grund einer Arthrose in einer zu hohen myofaszialen Spannung liegt, also in einer Spannung der umliegenden Muskulatur und der bindegewebigen Faszien, die das Gelenk und die anliegenden Muskeln umfassen. Des Weiteren geht dieses Modell auch davon aus, dass die Schmerzen in erster Linie nicht durch den Gelenkverschleiß bzw. durch die dadurch einhergehenden Reizzustände bedingt sind, sondern ebenfalls durch die hohen myofaszialen Spannungen, die zu einem Alarmschmerz führen. Ich selbst sehe aktuell eine Kombination aus beiden Sichtweisen als die wahrscheinlichste Ursache für die Arthrose-Schmerzen. Aus der Praxis und der Erfahrung möchte ich einige Tipps geben, welche Möglichkeiten es gibt, Arthrose vorzubeugen oder zu behandeln. Um Arthrose vorzubeugen, müssen die Gelenke ausreichend Bewegung erfahren. Das heißt, jedes Gelenk braucht die Bewegung, die es ursprünglich anatomisch ausführen könnte. Häufig wird die Bewegung im Alter zunehmend weniger. Nicht etwa, weil dies Gott gegeben ist, sondern weil wir die Bewegungen mit Fortschreiten im Alter kaum noch nutzen. Kinder sind nicht nur beweglicher, weil sie ein weicheres Gewebe haben, sondern weil sie einen Bewegungsradius, den ihr Körper anatomisch durchführen kann, meistens auch noch nutzen. Und so kann man sich auch herleiten, wieso immer häufiger auch junge Menschen von Arthrose betroffen sind. Neben falscher Ernährung ist es die zunehmende Inaktivität bereits im Kindesalter, da viele nur noch zu Hause vor dem Fernseher oder der Spielekonsole bzw. im Handy sitzen. Sitzende Tätigkeiten ohne ausreichenden Ausgleich sind Risikofaktoren für eine Arthrose und auch für Rückenbeschwerden aller Art. Daher ist es gerade bei Personen, die täglich viele Stunden sitzen, wichtig, aktiver zu werden und Muskeln bzw. auch Faszien täglich zu dehnen. Durch entsprechend viel endgradiger Bewegung bleiben Muskeln und Faszien dehnbar und flexibel und die Spannung im Gelenk in einem physiologischen Maß. Der Knorpel, der wie ein Schwamm funktioniert und Nährstoffe aufsaugt bzw. Abfallprodukte auspresst, wird ernährt, bleibt lebendig, es entstehen keine Entzündungsreize, kein Gelenkerguss und die Spannungen um das Gelenk herum bleiben niedrig. Alarmschmerzen oder Schmerzen durch Entzündungsmediaturen bleiben aus und das ist auch mit 80 oder 90 Jahren problemlos möglich, wenn man rechtzeitig mit Maßnahmen beginnt, die zu einer größeren Beweglichkeit führen. Natürlich sind diese Maßnahmen manchmal unbequem und brauchen ein Mindestmaß an Disziplin. Dehnungen, auch Faszientechniken, moderater Sport, idealerweise wechselnde Sportarten und Entspannungen sind die Hauptkomponenten einer Arthroseprävention, aber auch in der Therapie einer bestehenden Arthrose. Und können mit ein wenig Anleitung ohne großen Aufwand erlernt werden. Nach vielen Jahren der orthopädischen und auch physiotherapeutischen Arbeit muss ich sagen, dass Patienten mit Arthrose massiv an Lebensqualität verlieren, oft depressiv werden und sich häufig zu schnell für eine große Operation entscheiden bzw. manchmal auch entscheiden müssen. In meiner Klinik wird kein Patient zu einer vorschnellen OP-Entscheidung gedrängt, sondern die OP immer als letzte Option bei weit fortgeschrittenen Gelenkdestruktionen vorgestellt. Die Entscheidung sollte immer beim Patienten liegen und es zeugt von großer Professionalität, wenn die Klinik, in der man sich vorstellt, genau dies eindeutig formuliert. Keiner darf zu einer Gelenkprothese gedrängt werden. Wir halten fest, die Gelenkprothese ist die Option, wenn sonstige konservative Verfahren zu keiner wesentlichen Besserung geführt haben und der Patient im Alltag nicht mehr zurechtkommt und teilweise trotz regelmäßiger Schmerzmittel schmerzgeplagt ist. Ein Röntgenbild allein mit einem Knorpelaufbrauch ist kein Grund für eine Operation. Weitere schulmedizinische Verfahren wären z.B. die Akupunktur, die Infiltration eines Gelenkes mit Hyaluronsäure und ganz neu auch mit speziellem thrombozytenreichen Plasma aus Eigenblut, aber auch Orthesen-, Einlagenversorgungen oder Operationen zur Achskorrektur stellen Behandlungsmöglichkeiten dar. Welche natürlichen Möglichkeiten gibt es außer der körperlichen Aktivität, um Arthrose zu verhindern bzw. zu behandeln und positiv zu beeinflussen? Eines der bewährten Mittel auch in diesem Fall ist das gute alte Vitamin D. Erfahrungen zeigen auch hier, dass Vitamin D einen positiven Einfluss auf den Knorpel, auf die Flexibilität des Gewebes um das Gelenk herum und auch auf Schmerzzustände hat. Neben Vitamin D gilt es immer auch, die Co-Faktoren des Vitamin D zu beachten. Hierzu wurde in anderen Videos schon viel erläutert. Auch die weiteren folgenden Maßnahmen sollten von einem entsprechend geschulten Therapeuten begleitet werden. Kolloidales Gold ist eines der am stärksten wirkenden Anti-Arthrose-Mittel überhaupt. Entdeckt hat man dessen Wirkung unter anderem durch die sogenannte Ringfingeranomalie, bei der Arthritis-Patienten bzw. Patienten mit Rheuma Arthrose an allen Fingern bekamen, mit Ausnahme ihres Ringfingers beim Tragen eines Goldringes an diesem Finger. Es muss natürlich in der richtigen physiologischen Form und Menge vorliegen. Also bitte keine Goldklumpen schlucken, wäre auch sicherlich viel zu teuer. Was bedeutet nun Kolloidales Gold? Als Kolloid bezeichnet man einen Stoff, der aus zwei Aggregatzuständen besteht. Beim Kolloidalen Gold sind dies Reinstwasser und winzig kleine Goldpartikel. Was übrigens viele nicht wissen ist, dass Gold außerdem als Spurenelement in unserem Gehirn vorkommt und dort an einer Reihe von Prozessen beteiligt ist. Das heißt, Gold schützt nicht nur die Gelenke, sondern macht auch intelligenter, wenn man es denn richtig anwendet. Weitere Elemente einer perfekten Arthrose-Therapie sind das Element Bohr, Methyl-Sulfonyl-Methan, kurz MSM, Vitamin C, Kieselsäure bzw. Silizium, darüber hinaus Glucosamine und Chondroitin, woraus der Knorpel besteht, und auch Elementen wie Mangan, Cäsium und Gallium werden antiarthotische Funktionen nachgesagt. Zudem gibt es viele positive Erfahrungen mit der Schwefelverbindung DMSO, dem Dimethyl-Sulfoxid, vor allem in Verbindung mit Magnesium und einem Lokalanästhetikum zum Einreiben schmerzhafter Gelenke als Lösung oder Salbe. Auch DMSO sollte nur angewendet werden, wenn entsprechendes Wissen dazu vorliegt. Nicht jeder Arzt kennt die korrekte Anwendung und dessen Wirkung. Das sind einige vielversprechende Ansätze, mit denen man auf natürliche Art und Weise eine Arthrose behandeln könnte. Selbst Arthrose-Zustände, die stärkste Schmerzen bereiten und mit nebenwirkungsreichen Schmerzmitteln behandelt werden müssen, können damit sehr positiv beeinflusst werden. In diesem Sinne wünsche ich allen ein hohes Maß an Bewegung und wie immer beste Gesundheit.